Viele Motorsportbegeisterte der Region werden sich jetzt freuen. Nun ist es amtlich. Vom 28. bis 30. Oktober findet in unserem Sendegebiet die Neuauflage der AVD Sachsenrallye statt. Was es diesmal an Altbewährtem, aber auch Neuem gibt, sehen Sie selbst. Verabredet waren wir mit Rallyeleiter Michael Gürlich am Kronmarkt in Zwickau, einem Ort, den er bevorzugt hat. Ja, diesen Platz mag ich besonders gerne, weil es eben das Startgelände für unsere AVD Sachsenrallye ist. Und weil wir in diesem Jahr versuchen wollen, nicht den ursprünglichen Termin im Mai, den musste man ja leider verschieben, einen Termin im Oktober zu finden. Und wir haben einen gefunden, nämlich den 28. bis 30. Oktober. Und wir sind durch diese Terminverlegung Endlauf zur Deutschen Rallyemeisterschaft geworden. Das ist für die Zwickauer und das Zwickauer Umland und das Vogtland mit Sicherheit ein Erlebnis, dass hier jetzt der Deutsche Rallyemeister ausgefahren wird. Nicht nur das ist wichtig, sondern zusätzlich wichtig ist auch noch, dass wir auch für die Umwelt was tun. Denn es werden erstmalig elektrifizierte Autos, Elektroautos an den Start gehen, nämlich von Opel. Es werden die Opel E-Cup-Fahrzeuge Corsas als Elektrofahrzeuge hier hinkommen und mindestens 15 Fahrzeuge werden hier starten. Und dazu haben Sie uns einen kompetenten Gesprächspartner mitgebracht. Dafür habe ich einen kompetenten Gesprächspartner mitgebracht, nämlich den Motorsportdirektor von Opel, den Jörg Schrott. Ja, wir haben gerade gehört, es gibt ja jetzt ein Novum und das ist wirklich eins. Es ist definitiv ein Novum, das heißt ADAC Opel E-Rallye Cup, das heißt Opel ist der erste Hersteller, der ein elektrisches Rallyefahrzeug in der nationalen Rallyemeisterschaft einsetzt. Und wir freuen uns sehr danach, bei der Sachsenrallye hier mit dabei zu sein. Und es ist für die ganze Szene etwas komplett Neues und sicherlich wird es auch für die Besucher hier rund um Zwickau eine ganz neue Sache sein, einfach danach ein E-Auto im Rallye drin mal zu sehen. Hört man die denn eigentlich noch? Die hört man schon noch, wir haben ein eigenes Soundsystem. Ich bin ganz ehrlich, wir arbeiten da noch ein bisschen dran, weil wir hatten doch schon ein paar Zuschriften, die dann gesagt haben, bei der ersten Rallye, wir sind einen Tick zu leise. Und deshalb werden wir da noch ein bisschen Gas geben und dann für die Sachsenrallye sind wir gut gerüstet. Dann war beim gestrigen Termin noch ein Mann mit dabei, der sich gut an das Jahr 2018 erinnert. Genau, ja, ich erinnere mich sehr gerne an 2018. Das war auch mein Einsatz in einem Auto hier als AVD-Sportpräsident. Bei der AVD-Sachsenrallye natürlich besonders schön gewesen. Und diese Erinnerung habe ich natürlich weiterhin und ich würde natürlich sehr gerne wieder an die Stadt gehen. Und was machen Sie jetzt genau? Ja, als AVD-Sportpräsident natürlich verantwortlich auch für den Motorsportbereich im Hause des AVD in Frankfurt. Und bin natürlich sehr, sehr froh, dass wir mit Michael Görlich jemanden haben, der sich hier primär um die Sachsenrallye kümmert. Und für uns ist diese Veranstaltung eigentlich ein Filistück in unserer Thematik Motorsport im Hause. Und deswegen ist für uns diese Veranstaltung wahnsinnig wichtig. Für uns natürlich aber auch nach der Pandemie, dass wir endlich wieder zurückkommen in die Rallyeszene als solches. Dadurch, dass wir letztes Jahr die Veranstaltung leider nicht fahren konnten, freuen wir uns natürlich alle besonders darauf, dass es endlich hier wieder in Zwickau losgeht. Sie gehen ja auch mit der Zeit. Wir haben heute die Geschichte von Opel gehört. Genau, richtig. Ich war an dem Thema mit eingebunden. Das heißt also, wir haben ein Pionierprojekt auf die Beine gestellt. Die Elektrifizierung ist auch im Motorsport möglich. Das haben wir damit bewiesen. Und gerade im Rallyebereich, wo wir natürlich auch immer mehr zeigen wollen, dass wir die Nachhaltigkeit, aber auch den Sport für die Zukunft auf ganz neue Wege heranziehen und auch beweisen, dass es funktioniert. Denn wie gesagt, der Motorsport muss sich genauso verändern wie die Zeit generell. Und da wollten wir einen Meilenstein bieten. Und hier bei der Sachsen-Rallye werden wir natürlich auch zeigen, dass sowohl wir als AVD ein Auto einsetzen mit elektrischem Antrieb, sprich den Opel Corsa E, aber dass wir auch als Veranstalter zeigen, dass wir uns mit der Zeitschiene nach vorne bewegen und auch im Motorsport in Richtung natürlich Nachhaltigkeit und Umweltschonung uns zeigen möchten. Denn hoffen wir, dass in ein paar Monaten dem Neustart der Sachsen-Rallye nichts im Wege steht und wir dann so tolle Bilder wie in den zurückliegenden Jahren für sie einfangen können.